Im Bereich 3D-Druck hat das Unternehmen Mimaki ein interessantes Produktportfolio zu bieten. Darunter das Modell 3DUJ2207, das sogar in der Lage ist, Volumenmodelle mit mehr als 10 Millionen Farben zu erzeugen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017